Ich bin so schnell, dass ich nicht merke, dass ich nachher... ... oder dass ich mich schon geheilt habe. Das ist natürlich dumm. Boah! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Äh, richtig. Oh, da ist jemand. Okay, Mann! Und noch einer. Aber wie viele habe ich denn da vorne? So... Ey, nicht da rein gehen! Komm, lass mich noch eine da rein... ...geben. Oh! Der hat sein Help verloren! Die Schüsse reichen noch um... ...oh! Perfekter Schuss! Oh! Perfekter Schuss! Wohin? Wohin? Da sind... ...da ist ein Minenfeld. Oh, ich stehe mitten im Schussfeld. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut. Oh, ne! Ich habe eine Waffe aufgesammelt, die ich gar nicht haben wollte. Oh! Und... ...zweites. Die da. Gut. Dann... ...haben wir jetzt mal ein bisschen Spaß mit der Panzerschung. Wird ich mal sagen. Habe ich nicht getroffen? Habe ich nicht getroffen? Okay. Scheinbar nicht. So. Oh! Ja, natürlich. Nein. Ich gebe halt Granaten. Ich glaube, das versteht man unter Smoke. Nachladen. Oh! Ja, natürlich. Aua! 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 Garnisch! Wie viele Pack-Explosiv-Teile habe ich denn? Das ist etwas viel, glaube ich. Sooo, komm schon! Oh, komm schon! Keine, 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 gar keine gute Idee. Wie war das gewesen? So, rausziehen. Ah, toll! 10! Panzerschreck kann ich nicht gebrauchen. So, einfach mal reinlaufen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keiner sieht mich. Oh, shit! Oh, shit! Nein! Nein! Das war jetzt natürlich ein Fehler. Fehler! Oh mein Gott! C! Okay! Die Granate, nicht gut. Weg hier! Ich glaube, wir laufen erst mal hier rum. Ich glaube, wir laufen erst mal hier rum. Ich bin mal noch einer. Immer noch einer. So. Schön. Das Ding habe ich fertig. Hier habe ich fertig. Ihr seid zu spät. Weiter laufen. Au. D. 4. Oh mein Gott! Oh Gott! So Gemüse Was man Boah Der auch macht es hier einen Fast Schlicht zu sehen Ah M Gut Und G in Deckung Kommt alle zu mir Das Ziel ist weg Und Oh mein Gott Eine gute Idee Erstmal alles entschärfen Ja Das ist natürlich zu spät So Jetzt müssen wir irgendwo noch hin Kommt mal mit Kommt mal mit Kommt mal mit Hoppy completed Wohin sollen wir Achso Ähm Ja Und das war's für heute Würde ich mal sagen Ich Geh jetzt lecker essen Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Haut rein Leute Ciao Twelve G Glänz D D D D Untertitelung des ZDF, 2020